Es ist Dienstag, der 14. Oktober 2014. Dies ist eine Aufzeichnung für die Sendung Macht und Menschenrechte am 16. Oktober 2014. Es geht um die Weltfinanzen und um neue Entwicklungen bei IWF und Weltbank. Und ich darf heute ganz herzlich begrüßen Frau Karen Yudis. Guten Abend, Frau Yudis. Danke, dass mich aufhören. Ich bin glücklich, dass Sie mit Ihnen sein. Frau Yudis, Sie haben lange Zeit bei der Weltbank gearbeitet und sind vor kurzem auf der diesjährigen Jahrestagung von IWF und Weltbank gewesen. Welche Neuigkeiten haben Sie von dort? Frau Yudis, Sie haben seit vielen Jahren für die Weltbank gearbeitet und dieses Jahr Sie sind in der jährlichen Meeting der IWF und Weltbank. Welche Nachrichten haben Sie von dort? Es war ein sehr, sehr wichtiges Gespräch, weil wir jetzt auf den Weg in den Weg bringen. Und die Chance ist, dass wir 90 bis 95 Prozent eine Veränderung haben werden. Wir werden die Regelung der Wahl in internationalen Finanzierung für die erste Mal observen. Es ist eine sehr, sehr, sehr wichtiges Jahrestreffen gewesen. Und nun sei die Chance, 90 bis 95 Prozent, dass wir endlich eine Verbesserung haben, dass wir endlich Rechtsstaatlichkeit haben bei den internationalen Finanzen. Die Situation ist, dass die Weltbank und die International Monetary Fund der Weltbank und die International Monetary Fund wurden in 1944 für eine secretarische Purpose, zu machen, dass die Welt's wealth kamen aus einem 50-jährigen Perioden von sequestration und die Weltbewerden beherrscht werden. Die Welt's Gold 1,715,000 Meter Tonnen von Gold und andere Precious Metals wurden in eine Trust Fund von Ferdinand Marcos zusammen mit José Rizal. Und dieses Trust Fund ist, dass die Weltbank und die IMF verabschiedet wird. IWF und Weltbank wurden 1944 gegründet, auch für einen nicht öffentlich genannten Zweck. Und für welchen Ziel? Can you repeat? There is a Trust Fund called the Global Debt Facility and all of these assets are owned by this Trust Fund for the benefit of humanity. Ah, es gibt einen Treuhandfonds, den nennt man the Global Debt Facility, also die globale Schuldenfazilität. Und alle Mittel, die dort enthalten sind, sollen dem Wohl der Menschheit zugutekommen. And if I understood correctly, this Trust Fund is going to be filled within 50 years? It was put into secret hiding and the period for the gold to come out was 2005. But the banking cartel has prevented that from happening illegally. 1,715,000,000 metric tons. That's more than people know existed. Okay, 1,715,000 metric tons Gold sind dort diesem Fonds zugeordnet worden. Die meisten Menschen haben gar nicht gewusst, dass es überhaupt so viel Gold gibt. And this Trust Fund has been administered by Ferdinand Marcos. Und who is the other person? The other person is José Rizal. He went to the Vatican for many, many years. He was also an ophthalmologist. He was the son of a twin brother of Queen Victoria. Okay. That was Prince Philano. Okay. Und dieser Fonds ist verwaltet worden von Ferdinand Marcos, von den Philippinen. Und José Rizal. José Rizal ist der Sohn von einem britischen Prinzen, Prinz Philano, einem Abkömmling von Königin Victoria. Und José Rizal ist im Vatikan. Which Post does Mr. Rizal have in the Vatican? He was supposed to become the Pope, but instead he returned back to the Philippines. I don't remember the exact position he held in the Vatican. He had a different name in the Vatican, but I'll be happy to give you a link that has all of that information. But there's another son of José Rizal that you know about. That's Adolf Hitler. And there's another son of José Rizal that you know about. That is the General Yamashita, who gathered up gold and buried it in the Philippines. Where is this gold? 600,000 metric tons is in the central bank of the Philippines. And most of it is buried in the Philippines in a location which has been cordoned off and is guarded by the U.S. military after that typhoon Hayyun. Okay, just to make sure that I have really understood, if I got it correctly, Mr. José Rizal and Mr. Ferdinand Marcos, they have watched over that fund, and what I do not understand, you say Adolf Hitler is the son of a relative of Queen Victoria and also General Yamashita from Japan? General Yamashita from Japan is his half-brother. There was a Frau, Schicken, and I can't remember her last name. She's the mother of Adolf Hitler and she had an affair with José Rizal and their son is Adolf Hitler. Okay. Also. Die Mutter von Hitler soll eine Affäre mit José Rizal gehabt haben. Und der General Yamashita soll Hitlers Halbbruder sein. Yes. And the World Bank and IMF were created by Ferdinand Marcos. So after 50 years, this gold would be given to humanity, given back to humanity. They are the beneficiaries of this trust fund. And what happened just before the meetings was I heard from the German lawyer banker named Wolfgang Strzok, who's the authorized signatory on this trust fund. That the military was stealing the gold. The US military was illegally stealing the gold. Das Gold soll in Philippinen aufbewahrt worden sein und ein großer erheblicher Teil vergraben sein und vom US-Militär bewahrt worden sein. Und jetzt, was Karen Judith gehört hat, jetzt von Wolfgang Strzok, einem Vertreter Deutschlands, dem Zusammenhang, dass in dem Wettbeantreffen dieses Jahr, dass das US-Militär das Gold gestohlen haben soll. So Wolfgang and I informed the Minister of Finance of Switzerland that 200,000 metric tons of this gold is supposed to be with the Union Bank of Switzerland. And I informed the legal department of the Federal Ministry of Finance in Switzerland that I had submitted a claim for the theft of gold with the United States Marines Inspector General's office. Can you repeat, who is Wolfgang Strzok? I'm sorry. He is the German banker lawyer who lives in the Philippines and he has the authorized signature authority of this trust fund that contains the world's gold and other assets. Okay, also Wolfgang Strzok ist der, der für diesen Fund zeichnen darf und Herr Strzok und Karen Judith haben sich an den Finanzminister von Schweiz gewandt, denn 200 Tonnen von dem Gold sollten sich eigentlich befinden bei der Union Bank in der Schweiz, aber das ist nicht der Fall gewesen. Und, ähm, also then you have, then you have turned yourself, äh, to, to which, äh, authority of the Marines? The Inspector General. Ah, äh, zu Generalinspektor der, ähm, Marines, der Marine Infanterie. Yes, and the Inspector General of the Marines said that I had to inform the other Inspector General of the other branches of the US military, which I did. But I said that I could not leave this with the Inspector General of the Department of Defense, because that Inspector General, John Reimer, had failed to act when I submitted an earlier claim to him. Aber sie konnte, äh, diese Information jetzt nicht lassen bei dem, äh, Generalinspektor der Verteidigung, John Reimer, denn bei einer früheren Meldung, die sie gemacht hatte, hatte er nicht gehandelt. The earlier claim was that on October 7, 2013, there were two officers who prevented a military, a bomb from being detonated over Charleston, South Carolina. They had it detonate over the ocean instead. And those officers were fired illegally. Can you repeat, please? It's so important that I don't... Yes, I'm explaining the claim that I submitted to the Inspector General of the Department of Defense, John Reimer. Yes. That claim is that John Reimer refused to reinstate the heroes who prevented a bomb, a nuclear bomb from being detonated on Charleston, South Carolina on the 7th of October in 2013. Am 7. Oktober 2013, äh, ähm, 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 ä Sie haben Beweise, dass dieses passiert ist, also dass es über dem Meer explodiert ist, von Seismischen Messungen und von Mithörerprotokollen der Russen. Jetzt habe ich gesagt, dass ich mich auf die Beziehung zwischen den USA und Deutschland konzentrieren wollte. Ein Moment, ein Moment. Aber ich weiß nicht, dass die Bretton Woods-Konferenz hat so viele Länder, und es ist nicht sehr familiar zu mir, dass Ferdinand Marcos, der Diktator der Philippinen, und es ist eine wichtige Position. Und ich auch nicht verstehe, warum sollte man so eine große Anzahl von Gold für 50 Jahre, statt von dem vorherigen. Okay. Ich werde deine Fragen einmal an. Ferdinand Marcos war nicht ein Diktator. Er wurde von seinem Office entfernt, weil die CIA ein Uprison gegründet hat, die ETSA-Uprison gegründet hat. Sie haben das gemacht, weil Ferdinand Marcos verabschiedet hat, zu beobreden zu sein. Ja, ich habe gefragt, bei der Breiten-Wurz-Konferenz waren so viele Nationen und es hat mir ja ungewohnt vor, dass Ferdinand Marcos ein wichtiger Politiker gewesen sein soll und Diktator der Philippinen. Sie sagten, nein, Ferdinand Marcos sei kein Diktator gewesen und er sei gestürzt worden. Und ein bezahlter Aufstand, abgekürzt EDFA, bezahlt von der CIA. Und weil Ferdinand Marcos sich nicht habe bestechen lassen wollen. And the reason the gold was put in secret hiding is because of the legal concept of statute of limitations. If someone claims that they own something and they're not able to bring a good claim in 50 years, they have no longer a claim. Ah, okay. Also 50 Jahre habe man das zurückgehalten wegen Verjährungsfristen. Wenn jemand etwas geltend macht, dass ihm etwas gehört und er keine Beweise bringen kann, verhiert es innerhalb von 50 Jahren. Die Gruppe der 77, heute sind es 134 Staaten, Bündnis von Entwicklungsländern, wurde gegründet von Ferdinand Marcos. Die BRICS-Nationen akzeptieren jetzt keinen Dollar mehr im internationalen Handel für sich. Und nehmen jetzt ihre eigenen Währungen. Do they use their own currencies only among each other, only among the BRICS-Nations? Also do they accept the dollar, do they not accept the dollar anymore, also in trade with other nations? What they do is they add up all of the trade among themselves and if anyone has an imbalance and owes money, that is settled in gold. They no longer use dollars. Okay, also die BRICS-Staaten nutzen jetzt überhaupt keine Dollars mehr und wenn da Ungleichgewichte sind beim Handel, dann gleichnet das mit Gold aus, nicht mehr mit Dollars, auch gegenüber anderen Staaten. Auch die G77-Länder haben beschlossen, auch nicht mehr mit Dollar zu handeln, vor der Jahreskonferenz von IWF und Weltbank. Dass es diese Koalition geben würde, wurde vorhergesagt von einem Modell im Jahr 2004. Es ist ein Machtübertragungsmodell, es basiert auf der Spieltheorie und da wurde es simuliert. Es wurde entwickelt für das Verteidigungsministerium der USA und der Entwickler Jacek Kugler kam 2004 zur Weltbank. Ich diskutierte dieses Modell mit Chuck Hagel, der im Jahr 2008, als er Senator von Nebraska war. Und nach diesem Modell ist Deutschland ein sehr wichtiges Land für die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit in der Welt. What happened in 2006 is I spoke with Germany's representative on the board of the World Bank, Eckhard Deutscher, about how Germany was being prevented from hearing what was actually going on at the World Bank. Ja, 2006 hat Karen Judith mit dem Vertreter Deutschlands in der Weltbank, Eckhard Deutscher, gesprochen darüber, wie Deutschland da vorangehindert wurde, mitzubekommen, was tatsächlich in der Weltbank vor sich ging. And what Eckhard Deutscher said to me was the World Bank board was treated like a mushroom, kept in the dark and covered with fertilizer. Eckhard Deutscher sagt, dass der Vorstand der Weltbank behandelt würde wie Pülse. Man lässt sie im Dunkeln und man setzt Dünger ein. What do you mean with fertilizer? They were covered with it, so they were lied to. Ah, okay. Das Wort Dünger hat sie verwendet, beziehungsweise hat Herr Deutscher verwendet in dem Sinne, dass man sie mit Lügen vollgedeckt hat. And I discussed this conversation with the representative of Germany on the board on the 11th of October. And Karen Judith hat am 11. Oktober diesen Jahres mit dem Vertreter Deutschlands, dem jetzigen Vertreter Deutschlands im Vorstand der Weltbank darüber gesprochen. What's his name? He's the assistant executive director that I met with directly. And I've also discussed this issue with the representative of Russia and I've discussed this issue with the representative of Switzerland. Und sie hat das, also der Vertreter Deutschlands im Vorstand der Weltbank ist stellvertretender, oder Assistent, Exekutivdirektor. Und sie hat das Thema auch besprochen mit dem Vertreter Russlands und dem Vertreter der Schweiz im Weltbankvorstand. Let me explain how I could have these conversations. These were the representatives on the international monetary fund board. Also das waren die Vertreter im Vorstand des IWF, nicht der Weltbank. But you see, I'm not supposed to be admitted to the World Bank, because the security guards that are owned by the banking cartel lock me out illegally. You had asked very detailed questions about who is this banking cartel. And there's a very accurate study that was done by the Federal Institute of Technology in Switzerland that details how this banking cartel exists. It's actually, there's not a series of separate banks. It's only one bank. They take the same boards and they appoint them in interlocking directors of all of the companies that are traded on the capital markets. Okay, es gibt eine Studie von dem Federal Institute of Technology in der Schweiz. Und danach ist dieses Banken-Kartell ja wie eine einzige Bank zu sehen. Und dann hab ich es. Und dann hat sich das auch ein bestimmtes Banken Unit ab. at another one, but there are so many corporations separately from each other and they need very many people in all these boards. So I cannot imagine how it shall be in fact only one bank. It's the way they do it. Think of a pyramid. They have smaller companies and then they have the ones think of a small fish being eaten by a bigger fish. They have it all interconnected. If you read the study, you see some very good charts and pictures. You can see how they've done it and they thought no one would find out about it. Because they also bought all the media and they refuse to let stories like mine be told with the journalists who are on those media. So the way I found out about this, I didn't know about this when I was inside the World Bank, but when I was illegally fired, I started working with other whistleblowers and we put this all together like a big puzzle. So I'm now trying to tell all the people what they've been prevented from knowing. I would like to come back to what you have said in the beginning of the interview, that there's a 90 to 95% chance to bring back the rule of the law. What do you mean by that? The reason that this happened is because the United Kingdom Parliament started publishing statements that I made and another World Bank whistleblower named Elaine Colville. And when that happened, that's when we knew that we were going to be able to form coalitions to clean up this terrible corruption. So now one of the members of Parliament, Angela Smith, has asked their treasurer, that's called the Controler of the Exchequer, George Osborne, whether there really is all of this gold in the Philippines that I'm talking about. And he has refused to answer the question. That's unacceptable. One of the issues in front of the United States Congress was when I came back from Holland and I reported to Senator Lugar's office that the executive directors were being blackmailed when they were firing Paul Wolfowitz, because Paul Wolfowitz gave a big pay raise to his girlfriend in the World Bank. Mark. Mark Lugar, Presidente of the United States as Karen Judith, when they came back from the Netherlands and as the bureau of Senator Lugar was, they discovered that the executive directors of the World Bank under the pressure of their Es war ein Zusammenhang mit der Entlassung von Paul Wolfowitz, weil Paul Wolfowitz, ähm, ähm, äh, ähm, äh, äh, was, was, was hat sie dann für, for his, for his, for his friend? Ähm, he had a girlfriend who worked at the World Bank, Shahar Riza, and he gave her a 30% raise when he became the president of the World Bank, and the board fired him. Äh, Shahar Riza ist die Freundin gewesen von Paul Wolfowitz, und er hat ihr eine 32%ige Gehaltserhöhung gegeben, als er, ähm, Chef der Weltbank wurde, und dann hat der Vorstand der Weltbank ihn deswegen auch entlassen. Ähm, Hermann Weifels was the representative of the Dutch government, and I speak Dutch because I studied development economics in Holland, and when I was in Holland, I heard a report that Hermann Weifels gave. to the Dutch citizens, in Dutch, that the board members were very unhappy, because they were, what, what were they being threatened with blackmail about? There was, um, a, um, a prostitute who, um, had a, a brothel that many of the executive directors were going to, and Elliot, uh, Spitzer had gone, she was called the New York madam. And the executive directors that went to her establishment were told that this would be made public if they fired Paul Wolfowitz. Ah, okay. Ah, okay. And, uh, um, what, um, ah, and, uh, this information you have, uh, got from Mr. Hermann Weifels, uh, who represents, uh, the Netherlands at, uh, at the World Bank. Yes, and his predecessor was Ad Melkert, and the Dutch, um, television show asked Ad Melkert whether he was also blackmailed. And Ad Melkert said, no, because he was a boring guy, but he knew many other people on the board that were being threatened and that this was a terrible thing. I understand, okay. Also, als es darum ging, ob man, äh, Paul Wolfowitz entlassen würde, da ist, äh, rüber ist, äh, ist, äh, Kern-Judis von Hermann Weifels informiert worden, der damals, äh, die, äh, Niederlande vertreten hat im IWF-Vorstand. Ähm, ähm, Kern-Judis, ähm, 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 hat auch, ähm, hat auch selber mal in den Niederlanden Entwicklungsökonomie studiert, deswegen auf Verbindung zu Niederlanden, ähm, ähm, Hermann Weifels hat sie informiert, dass die, dass Vorstandsmitglieder der Weltbank unter Druck gesetzt worden seien, weil zumindest diese, äh, die Vorstandsmitglieder, die zu einer bestimmten Prostituierten gegangen seien, äh, die man auch, äh, New York Madam, äh, genannt hat, ähm, ähm, und dass man dann versucht habe, die, äh, Vorstandsmitglieder, die zu dieser Prostituierten gegangen seien, unter Druck zu setzen, ähm, äh, ähm, damit sie Paul Wolfowitz nicht entlassen. But let me connect this with an earlier question you wrote me, about why it is that the United States citizens do not know that they don't have a constitution, that their courts are rigged and are really military courts, that the gold that they owned were stolen from them by F, äh, Franklin Delano Roosevelt in 1933. So, when I went to the U.S. Congress and I reported that the executive directors were being blackmailed, I used the power transition model. I said that the United States was going to lose its leadership. I said if we didn't respect the other countries, we were going to, um, have a currency war and we were going to end up in World War III. And I have been going back to Congress to remind them of this, and now I'm reminding the U.S. military that either we give back the gold that we have stolen or we are going to have World War III. And that they have to look at this power transition model, which is 90 to 95 percent accurate. When have been the times when you have spoken to the Congress about these things? Ah, I have, I went to Yale Law School, I know how to document, and what I have now is I have a series of communications with the U.S. Congress. I have gone to all of them, but in particular, I live in Maryland, and my senator, Barbara Mikulski, is the chair of the Senate Appropriations Committee. She is also on the Senate Intelligence Committee. And I must have written her, oh, it would be at least a hundred times. And I have put all of those letters on my website, which is www.kahudes.net, and I have also put them up on Twitter. Right now, my tweets are read by millions because they're retweeted. People know that we are taking back the rule of law. Okay. Karen Judis hat mehrere Male zu dem Kongress gesprochen, an sich in den Kongress gewandt, und hat auch darüber gesprochen, dass die USA keine Verfassung, keine richtige Verfassung haben, dass Gerichte der USA tatsächlich Militärgerichte seien, und dass Gold der USA von Präsident Frendling Delano Roosevelt 1933 gestohlen worden sei. Und sie hat herausgestellt, dass die USA die anderen Länder respektieren müssen und dass sie das Gold, was gestohlen worden sei, zurückgeben müssen, damit es keinen Währungskrieg gibt und es nicht, aus dem ein, wahrscheinlich ein Weltkrieg entstehen würde. Und, ja, sie hat sich hunderte Male an den Kongress gewandt und steht im Kontakt vor allem auch mit der Senatorin aus ihrem Wahlkreis in Maryland, Frau Barbara Mekorski, die im Appropriationsausschuss vom Senat ist und auch im Intelligenceausschuss, also im Geheimdienstüberwachungsausschuss. Also die Informationen gibt es auch auf ihrer Webseite, k-a-h-u-d-e-s-k-a-judes.net, und sie arbeitet ja nicht allein, sie arbeitet mit einem großen Netzwerk von Whistleblowern zusammen. Okay, und ein Whistleblower hat sie informiert, dass die US-Verfassung nicht mehr in Kraft sei. Und, ja, das Geld der Amerikaner verwendet wird für die Federal Reserve und an London und an den Vatikan geht. Ich versuche, zu verstehen, was genau das hat sich an die FED, als Sicherheit an die FED gegeben. All of the land, the states, have taken the titles to the land and they no longer give them to people who own their property. The property is owned by the Federal Reserve. You mean the real estate property? People are just given certificates, they don't have the actual title. All of their property was stolen from them. Do you mean the real estate property? Yes, all their land title is taken from them, they don't know it. Okay, die Leute bekommen in USA nur noch Zertifikate auf ihr Grundbesitz und der Grundbesitz ist tatsächlich übertragen worden auf die FED, also sie haben nicht mehr das Eigentum daran. So, I have put all of this detailed legal information in front of the citizens and most important in front of the American Bar Association. And I have told the American lawyers that they have got to stop protecting the banks and start protecting the citizens. And I have put this same detailed information to all of the accounting firms because the accounting firms are lying. Their audits are not following the audit standards. I sued KPMG and my lawsuit was settled by 188 ministers of finance. Ja, sie wendet sich an die Wirtschaftsprüfungsfirmen, weil deren Überprüfungen nicht immer korrekt sein. Und sie hat KPMG verklagt und 188 Finanzminister haben sie ihr Recht gegeben. Ah, okay, also 188 Finanzminister haben sich darum gekümmert und dass der Rechtsstreit geregelt wurde. Sie werden erklären, wie sie weitermachen will. Leute werden sehr nervös und könnten denken, dass sie Kontrolle bekommen will, dass sie Macht bekommen will. Sie möchte, dass die Leute ihr eigenes Leben, also ihre Kontrolle wieder zurückkommen und ihr Eigentum, was ihnen von den Banken gestohlen worden sei. Ja. So the way I'm doing this is to take the gold that belongs to the people and to press it very thin and put it between plastic and replace all the paper currency with this new currency called Aurum. But it's going to be denominated in the individual countries, but it's going to be denominated in the individual countries currencies. It's not one currency. Do you mean that now coins are made of the gold? The gold is going to be turned into currency. And the currency is now in Europe, people are going to have to decide if they want this in euros or if they want this back in their original national currencies. We can take our time deciding this and when I say we, it's going to be all of the individuals and there's another kind of currency which is more important and this is currency in the local areas. This is what Silvio Giselle, he was a German businessman who went to Argentina. This is what Silvio Giselle recommended. Ja, also ihr Ziel ist, dass man aus diesen Goldreserven, was jetzt aufgetaucht ist, dass man daraus Münzen macht und dass das die Staaten bekommen in ihren Währungen und in Europa halt im Euro oder in den Währungen, die die Staaten vorher gehabt haben. Das müssen die selbst entscheiden und sie ist auch für ein Konzept für lokale Währungen, wofür Silvio Giselle steht. So we're not going to have legal tender laws anymore? Legal tender laws, you mean that a piece of paper is regarded as a legal tender? Do you mean that gold is used instead? What I mean is that the person selling something and the person buying something can choose what currency, whatever currency they want. We will not make currency illegal. Ah, also ihre Vision ist, dass man nicht mehr gesetzliche Zahlungsmittel vorschreibt, sondern dass die Leute aussuchen können, mit welcher Währung sie bezahlen. Because people have used legal tender laws to try to control people. Denn Leute haben gesetzliche Währung benutzt, um Kontrolle über andere Leute zu bekommen. Es ist wichtig, diesen Übergang so zu machen, ganz vorsichtig, dass man nicht Arbeitslosigkeit verursacht. Und was wichtig ist für die Zentralbank, beziehungsweise für die BITs, dass sie für Bankrott erklärt werden. Do you mean only the bank for international settlement or all central banks? All central banks, because do you remember we were talking about Yamashita? Alle Zentralbanken sollte man für Bankrott erklären, denn, ja, ich erinnere über General Yamashita, bei dem wir gesprochen haben. Ja, in den Beginn des Interviews. Ja. In den 1930s, da waren Gold-Certificaten, die Währung von 210-trillionen-dollars. Und diese Währung von der Global Debt Facilität, das Trust Fund, das gehört zu Humanität. Und diese Währung von Interest waren, die Währung von Quadrillionen-dollars. So the banks owe us much more money than we owe them. Sorry, can you repeat, when has this been started with 210-trillion dollars? This was, they're called Treaty of Versailles bonds. They were denominated in gold. People who owned gold were told that that gold was not safe. And that they should hand over the gold in exchange for these certificates. Okay. And in which year has this happened? Well, there are some older certificates, but most of them were in the 30s, 1934. And there are 210-trillion dollars worth of those certificates, which the interest has been compounding. Okay. 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 Ja, es hat Versailles-Anleihen gegeben. Und man hat den Leuten damals empfohlen, Gold wäre nicht so sicher. Sie sollten lieber in den 30er Jahren vor allem, aber auch teilweise schon vorher, in diese Versailles-Anleihen investieren. Und das sollen 210-trillionen, 210 Billionen gewesen sein. No, no, no. Trillion, and this was denominated in gold. With interest compounding in gold, payable in gold. Um mit Zinsen und in gold auszuzahlen. And that's a huge amount. Well, I have not been prepared for today. I have not read for today the Treaty of Versailles, but it sounds very much 210-trillion. And it sounds- This was because the royalty who owned the gold handed it over to General Yamashita in exchange for these certificates. We must accept participants and GENERAL TO Reason Logan Høyg O Xin What I do not understand is how has ever such a Das ist das Gold, das war bei private Royalty. Was bedeutet das, private Royalty? Die Royalty hatte Gold und sie haben ihre Gold in exchange für die Zertifiziere und die Zertifiziere sind nun mit der globalen Debtfacilie. Ah, okay, okay. Also Privatvermögen vom Adel und von Königshäusern, die haben ihr Gold, was ihnen privat gehörte, auch eingetauscht in dieser Treaty of Assaybonds. Und das ist dann mit eingeflossen in diese global Debtfacilie. Well, I have read about Treaty of Assaybonds and said investors have bought such bonds, but I have never heard about such big figures. Yes. And is there any proof which one can see in already published that there are such big figures which now are going to be used for mankind? Well, I can give you a lot of evidence, but I think the evidence that's the most convincing is how the brokers were trying to buy back these bonds at discount. And I'm given the assignment by 188 ministers of finance under a special agreement called the bilateral mines field breakthrough successor agreement. There's a provision in there, paragraph 6, that says that the signatory on the trust fund has got to be authenticated by the Bretton Woods institutions. And they were trying to purchase these bonds and they were trying to purchase these bonds and I refused to go along with that transaction. Can you repeat, sorry. Yes. If these certificates were not valid, why would anybody pay anything to buy them back? I vetoed that transaction. Can you repeat the name, I'm sorry, of the tweet? Yes. It goes on. Yes. It's bilateral mines field breakthrough successor agreement. Bilateral mines field? Breakthrough successor agreement. That was signed in 1950, and I can give you a copy of that. And it was signed by President Eisenhower, President Truman, the president at the time of the Philippines and his predecessor. A number of royalties signed it. Everybody agreed that the assets of the world were placed in trust for 50 years. And that when they came out, it would be up to the Bretton Woods institutions to authenticate the signature of the person who was the successor to Ferdinand Marcos. And I have refused to agree that these bonds could be sold at a steep discount. Because their humanities and humanity will use that to offset the debt that the bankers say we owe them. They owe us. We don't owe them. Also, es gibt ein bilateral mines field breakthrough successor agreement, den Vertrag aus 1950 mit Unterschriften unter anderem von US-Präsidenten Eisenhower, Truman, von Vertretern von Königshäusern und auch von Philippinen. Und danach sollten die Bretton Woods Institutionen nach Ablauf der 50 Jahre, sollte dieses Geld der Menschheit zugutekommen. Und dann hat man versucht, dieses Geld deutlich unter Wert zu kaufen und Kern-Judis hat sich dagegen eingesetzt. And how have you been able to prevent that it has been sold at a discount price? Because I refused to agree and my agreement was required. And why was your agreement required? Because the 188 Ministers of Finance, who settled my lawsuit, have delegated to me their authority under that agreement. Die 188 Finanzminister, die sich den Rechtsstreit geregelt hatten, zwischen Kern-Judis und KPMG, haben ihr es übertragen, dass sie sie vertreten soll bezüglich dieser Vereinbarung? Denn sie hat ihnen gesagt, dass sie hier einfach ist für die Rechtsstaatlichkeit und keinen anderen Zweck. Well, some of the news you have are so, can I say, the figures are much bigger than I would have imagined. So, it seems to me that it's somehow like in a dream. And it's... I can explain why that is. It's because there was a previous Ice Age where gold existed. And so there was the gold of King Solomon and there was the gold of the Aztecs and the gold of the Incas. There was another civilization which you can see the remains of in the Sphinx. If you look at the civilizations off the coast, there are a number of mysteries that we have just allowed to remain unquestioned instead of trying to find out whether our history is different from what we've been told. The publishers are just refusing to publish real, accurate truth because they're owned by the banking cartel. I have said, a few of the figures came to me so big before that I ask myself, manches erinnert mich mehr an einen Traum. And she said, yes, man muss sich eine Geschichte anschauen, zum Beispiel über die Eiszeit oder über Gold von Salomon, über Geschichte über Inkas, über Küstenbewohner, weil, dass vieles in der Geschichte nicht immer zutreffend ist, was in Geschichtsbüchern steht und dass, ja, eben auch die Presse nicht immer frei alles berichtet. There are accurate maps of the landmass under Antarctica that were drawn from the previous ice age and scientists can see that we knew just what the coastline looked like in those old maps. Zum Beispiel gab es alte Landkarten aus der Zeit der Eiszeit und man hat damals schon genauer einschätzen können, wie die, ja, wie die Geografie wirklich gewesen ist. To me, the biggest difficulty is to understand how we have accepted being lied to. Es für sie ist die größte Schwierigkeit zu verstehen, wie wir das jemals akzeptiert haben, dass man uns angelogen hat. Ich würde gerne mal wieder zurückgrehen. Ich würde gerne zurückgreifen, zu den Beginn der Interview zu sprechen. Was ich nicht verstehe, ist, wenn, was die BRICS-Kång�er wollen, was die BRICS-Kontriebe zu machen, their own development bank I think as a competitor to the World Bank they also wanted to make an institution competing with the IMF and what has become of that now? Well, you see I couldn't continue my discussions at the annual meetings because I was thrown out of the meetings by Allied Barton which is owned by the banking cartel so we are in the middle of our conversation Ja, ich habe gefragt die Briggs-Staaten wollten doch eigentlich eine eigene Entwicklungsbank machen und auch eine Institution, die im IMF Konkurrenz machen soll und was ist daraus geworden? Sie ist leider Frau Juthit herausgeworfen worden von Ella Barton für Bankenkartellstehe und dass sie deshalb die Konversation nicht weiterführen konnte Die Briggs-Staaten werden auf jeden Fall keine Sonderziehungsrechte als eine Weltwährung akzeptieren Das ist die beste Nachricht für alle Länder auf der Welt So we owe them a great debt of gratitude and what I'm hoping will happen and this is what is predicted by the power transition model is that the citizens in the United States will get rid of the Federal Reserve We will declare them bankrupt and then we will join the rest of the BRICS-Nations Ja und wir können den BRICS-Staaten dankbar sein dass sie nicht sich darauf eingelassen haben Sonderziehungsrechte als neue Weltwährung anzuerkennen und was wir machen sollten ist die Federal Reserve Bank loswerden und sie für Bankreuth erklären und dann sollten wir uns anschließen dem was die BRICS-Länder jetzt machen You mean a complete new start without the account IMF without the account World Bank and to have better institutions No we need them as a transition because they're the ones that exercise the power under that paragraph 6 but once we have used the Bretton Woods to distribute the assets in the global debt facility it's going to be up to the citizens to decide what they want to do with it but we need them for the time being for the transition ok ich habe gefragt habe ich das so verstanden dass man IWF und Welt statt IWF und Welt Bank dann die neuen Institutionen macht und du sagst nein wir brauchen IWF und Welt Bank noch für die Übergangszeit denn es gibt ja diesen Absatz 6 von diesem Dokument wo es darum geht diese große lange verborgene Gold Vorräte darüber zu verfügen und dafür werden sie noch gebraucht well what I think is might this perhaps not be a straw for IMF and World Bank that they take over that they take over the power just before the power is given to more human institutions they cannot they cannot because they are subject to the countries the board of governors rules the world bank and the IMF I've made that very clear to them I'll give you a very concrete example after allied barton prevented me from going back into the IMF I called up all of the executive directors of the IMF and I explained that allied barton was not allowed to decide who attended the annual meeting it was up to the board of governors and then one of the executive directors requested the secretariat to admit me and the secretariat refused okay Alec Barton wollte Karen Judis nicht bei der Jahreszahlen von IWF und Weltbank haben dann hat sie sich an jemanden der Exekutivdirektoren also aus dem Vorstand von IWF und Weltbank gewand und er wollte dass Karen Judis dabei ist und hat das Sekretariat angewiesen sie dort hinein zu lassen aber das Sekretariat hat das abgelehnt und sie hat diesen Schriftverkehr dazu verbreitet und gepostet und hat gesagt Rechtlosigkeit gegenüber den Mitgliedstaaten für das von IWF und Weltbank das gehört sich nicht für einen Sekretariat und das bekommt ein Sekretariat auch nicht gut also ohne IWF geht also ohne sein Board of Governors also die Versammlung der Mitgliedstaaten kommt der IWF nirgendwo hin auf 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 we haben auf diese weise haben wir den dritten Weltkrieg vermieden Die Leute und die Staaten sichern die Rechtsstaatlichkeit über das Bankenkartell. Die Banken schulden uns mehr Geld, als wir ihnen schulden. Die Banken sind insolvent und werden nach den Insolvenzgesetzen praktisch jedes Landes behandelt werden. Das ist etwas, das jeder versteht. Keiner steht über dem Gesetz, auch nicht das Bankenkartell. Well, I would like to tell you something about what they have done in the Eurozone. Here in the Eurozone they have made a treaty called a European Stability Mechanism. And they have obliged all countries which have the currency euro for all bonds they emit from the 1st of January 2013 on that they tie collective action clauses to it. And the reason one does this is if a country which has the currency euro goes bankrupt it shall be forbidden to decide on its own on the bankrupt but to have an assembly of private creditors to make political conditions. Just like the Troika does it now for other countries in the Eurozone. And if a state goes bankrupt then instead the assembly of the private creditors shall impose it. So it seems to me that in Europe everything is running in the opposite direction. No, I also understand that there are some unsettled lawsuits between Germany and the central bank, the European central bank. Is that not correct? Unsettled lawsuit? I don't know. I know about people who on their own capacity make lawsuits. No, I think the German government has brought lawsuits against the European central bank which are still outstanding. So these issues are going to be resolved in the favor of the people. Aha. Okay. I translate. Ich habe eingewandt, in Europa scheint es ja in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Durch den ESM-Vertrag sind die Staaten, also über europäischen Stabilitätsmechanismus, sind die Staaten, die die Währung Euro haben, verpflichtet, allen ihren Staatsanleihen, die sie emittieren, ab dem 01.01.2013 Zusatzbedingungen beizufügen. Und dann, wenn die Staaten bankrott werden, damit sie nicht mehr selbst entscheiden können darüber, sondern dass sie politische Auflagen von der Versammlung der privaten Gläubiger bekommen, so wie von der Troika halt, nur stattdessen von denen. Und dass es mir so aussieht, als ob es alles eben nicht in die positive Richtung geht, als ob alles in Richtung totale Privatisierung geht hier. Und sie sagt, ja, aber es gibt doch ein Verfahren zwischen Deutschland und der EZB, und das noch nicht entschieden ist. Und sie denkt, dass da die Macht zurückgegeben werden wird an die Bevölkerung. Do you mean the OMT court case? I have to get back to you with the exact sites, but I believe there are two lawsuits, that the German government does not want to be the guarantor of all of the countries in Europe. Okay, okay, then it must be something different. Ich habe gefragt, ob es die OMT-Klage ist, dann hat sie gesagt, nein, es sind zwei Klagen, wo es darum geht, dass die deutsche Regierung nicht bürgen will für alle Staaten in Europa. Okay, I really need to check these pieces of information. What I have had up to now goes to the opposite direction, and that even people from Germany want this, everything to be privatized, everything. Just not the government and the parliament, but everything else. But maybe it's not actual anymore. Maybe something has changed. Yes, we have a big change here. Okay, ich habe gesagt, was ich eigentlich gedacht habe, ist, dass mächtige Leute in Deutschland alles privatisieren wollen, alles außer Regierung und Parlament. Aber es kann durchaus sein, dass meine Informationen nicht mehr aktuell sind. Er sagt, ja, wir haben ja eine große Veränderung. Ich habe ja noch einen Punkt gesagt, dass ich mir einen Link oder einen Pfeilen auch überprüfen kann, dass ich die Klagen Deutschlands und Aktenzeichen, wo Deutschland die Europäische Zentralbank verklagt. Und, well, what I have seen is September the 9th of this year Bolivia has made there has been a resolution for a state insolvency procedure for the developing countries. It has been brought in by Bolivia and 124 countries, I think mostly the G77 countries have voted with yes, that they want an international treaty for a state insolvency procedure. And so I've seen Oshok say it seems that they do not know what they do and that they will privatize also everything in the developing countries like they have prepared it for Europe. That's not the way we're going. We're going quite the other way. Also, ich habe meine Befürchtung gesagt, dass es am 9.9. eine Resolution gab für ein Staateninsolvenzverfahren von den Entwicklungsländern. Und meine Befürchtung ist, dass die Entwicklungsländer nicht wissen, was sie tun. Mit 124 Ja-Stimmen, dass sie einen Vertrag wollen für ein Staateninsolvenzverfahren jetzt auch noch für die Entwicklungsländer. Und meine Einschätzung ist, dass es gehen könnte, auch in Richtung totale Privatisierung, genau wie das, was man für die Eurozone vorbereitet. Aber Karen Judith ist der Auffassung, dass das nicht die Richtung ist, in die es sich bewegt, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Die Tage des Bankenkartels sind vorbei. Why would you want them to continue? Well, I think that if the banking and media cartel that they can provoke war, for example, and intimidate the governments, that they maybe can tell the governments, you won't get into the media if you don't do what the banks want. Well, yes, they have very strong means to try to convince individual countries or individual politicians. But when there's a coalition for the rule of law, which there is, their days are finished. Ja, meine Befürchtung ist, sie hat gefragt, was sollen denn die Banken dann machen, wenn die Staaten nicht mehr wollen. Und ja, meine Befürchtung ist, Banken und Medienkartelle, die können doch versuchen, Krieg zu provozieren. Oder sie können den Politikern sagen, die Medien bringen euch nicht mehr, wenn ihr nicht tut, was die Banken wollen. Hat sie gesagt, ja, wenn es um einzelnes Land geht, dann können sie sowas. Aber wenn die Staaten zusammenhalten, dann ist denen das nicht mehr möglich. Because don't forget, we own the world's wealth legally. It belongs to us. The military in the United States is now on our side. Where are they going to go? Nowhere. They're finished. Das Wohlstand der Welt gehört uns, also den Menschen. Und das Militär der USA ist nun auf unserer Seite. Wo wollen die hinkommen? Nirgendwo. Sie sind erledigt. It, well... Stay tuned. You'll see if I'm right. That's all I can say. Okay, yes. Certainly. Certainly. But, um, it seems, it seems, uh, well, not, um, the same which I see in the media, um, uh, at the moment about conflicts. That's because, let me explain about the media. There was, um, The Wizard of Oz, written by Frank Baum, was written just when the banking cartel law in the United States happened in 1913. His Wizard of Oz was written in 1910. He knew about the banking cartel. This was not a children's story. And do you remember the scene where you have Toto the dog pulling back the curtain and the man in the booth, the projection screen, said, ignore that man in the projection screen. Just pay attention to the projection screen. That's where we are. And everybody knows that the mainstream media is the projection screen of the banking cartel. We know that those are all lies. So they're not able to continue to, um, frighten us. We know that it's just, um, a banking cartel trying to fool us. We know that the mainstream media is lying to us. That's why they didn't create, um, World War Three in Syria. We knew that that was not sarin gas. We knew that, um, Syria was, was not a country that needed to be, um, punished. And now that people are trying to create a war with ISIS, we know that that's just the CIA with their stupid worn out tricks. They're not fooling us anymore. Okay. Um, can you repeat the name for, uh, of the, uh, journalists of 1913 who was known about- His name was Frank Baum and he wrote The Wizard of Oz. Uh, The Wizard of Oz? Can you repeat, sorry, The Wizard? Yes, that was, um, a movie that happened, um, with, um, you, 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 don't you remember that famous movie with, um, uh, Dorothy and Toto, her dog? That was, uh, Garland, Judy Garland. Ah, The Wizard of Oz. Okay. Yes. Okay. Frank Baum, äh, der das Video, äh, der den, äh, 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 Kinofilm Wizard of Oz gemacht hat, äh, äh, der wusste schon 1913, äh, von dem, von dem, von dem Bankenkartell und hat auch darüber, äh, informiert. Und es ist so, wie wenn man sich, äh, mit den, mit den Medien, die zum Bankenkartell deren Willen füllen, es ist so, wie wenn man sich vorstellt, mit, da hat jemand einen Filmprojektor und die zeigen uns, was wir sehen sollen, aber viele Leute glauben nicht mehr daran und, äh, die sind nicht mehr bereit, nur auf das Projizierte zu schauen, sondern schauen sich die Leute mit dem Projektor an. Und, ähm, letztes Jahr wollten die Menschen, haben die Menschen noch nicht mehr geglaubt, dass mit Syrien und dem Sariengas und deswegen ist der Weltkrieg nicht zustande gekommen. Und jetzt dieses Jahr versucht man uns, versucht man mit ISIS einen Weltkrieg zu verursachen. Aber, äh, viele Menschen, viele Menschen begreifen, dass das nur wieder ein, eines dieser Spiele von der CIA ist. Und, äh, let me explain how the, um, United States military can support us without having to mutiny. I went to Japan. There's something called the Joint Japan-U.S. Committee under the Status of Forces Agreement. The United States occupies Japan. Hmm. And I asked that Joint Committee whether they would accept the gold that's on offer from the Global Debt Facility. They accepted this. I then went to the County Executives of America. There are over 3,000 counties in the United States and many of them have County Executives. 45 states have County Executives. And I have asked the County Executives of America if they want to accept the gold that's on offer from the Global Debt Facility. And they accepted. So we now have a group that's asserting the rights of the citizens. We don't have to wait for the US Congress that's been captured by the banking cartel. Okay. Kevin Judith hat gesprochen mit einem, äh, äh, ähm, 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 ähm Und auch sie sind damit einverstanden und deswegen muss man jetzt nicht warten, bis das US-Parlament zustimmt, die US-Kongress, die doch beeinflusst sind, mehrheitlich von dem Bankenkartell. What I do not understand yet is, what do you mean, they have accepted that gold? To do what with the gold? To create this, it's called aurum, the gold leaf that's between the plastic. But, you know, it's going to take some time for that to be issued. And in the meantime, we have dollars issued by the Treasury Department that are uncut and they're on deposit with the Union Bank of Switzerland. And I've spoken with the federal minister of finance about issuing those uncut dollars in the interim. We need to move quickly, because the banking cartel is trying desperately to do something terrible to prevent us from asserting the rule of law. We are not going to wait for that banking cartel. What does uncut dollars mean? They put the dollars in a very big sheet of paper and then you have to cut them to have individual dollars. Yes. Ah, okay. And this aurum shall be a new currency for the USA instead of the dollar? Well, what you have right now is federal reserve notes instead of U.S. dollars issued by the Treasury Department. We had that currency when Abraham Lincoln was president. He issued greenbacks. And the banking cartel assassinated Lincoln so that they could have the private bank issue the currency as opposed to the Treasury Department. When the Treasury Department issues the currency, you don't have to pay interest to the bankers. Okay. Okay. Also, ähm, äh, Vorstellung ist, eine Währung namens Aurum zu machen und, äh, vorübergehend zumindest mit, äh, auch noch Dollars zu verwenden und, äh, aber loszukommen von, äh, den, äh, äh, Dollars, die Federal Reserve Noten sind und, ähm, ähm, dass die, ähm, ja, dass man von diesem Bankenkartell loskommt. Dieses Bankenkartell habe Präsident Lincoln ermordet und, äh, danach, dann auch durchsetzen können, ähm, dass man, ähm, ähm, äh, das System, Geldsystem mit der FED hat, wie man es heute hat. Und vorher habe man richtige, ähm, richtigen US-Dollar in Form des Greenback gehabt, der von, ähm, ähm, US-Finanzministerium, verantwortlich des Finanzministeriums rausgegeben wird und nicht in Verantwortung der FED, wie es heute ist. John F. Kennedy was killed 10 days after he had agreed to use gold in the global debt facility to support US Treasury dollars. He had signed something called the Green-Hilton Agreement. Äh, Kennedy wurde, John F. Kennedy wurde ermordet, äh, 7 days only. 10, 10 days. 10, 10 Tage, nachdem er verkündet hatte, äh, diese global debt facility gold einzusetzen, äh, for what purpose? äh, to set? So he was going to issue Treasury dollars backed by gold in the global debt facility. Ah, also, Kennedy hatte die Vorstellung, ähm, goldgedeckte Dollars herauszugeben, ähm, gedeckt durch gold von der global debt facility. Äh, äh, what I do not understand is, ähm, is a global debt facility, it's not only from, ähm, savers, from, from the, from rich people from the USA, but from many countries. And he wanted to use it for the USA or only the share of the USA? That's right, only the share of the USA. It was going to be 170,000 metric tons. And don't forget, I was telling you, there's 1,715,000 metric tons of gold there. Now, we're not going to take all of that gold out because that's going to just, um, confuse the markets. We're going to issue it, um, just whatever the, the, we have to value the gold. I've, um, written to all of the embassies in Tokyo, and I suggested that the value of gold, if you compare what gold purchased over history in the main currencies of the world, I estimated that gold is worth about $2,500 per gram. But this is my estimate. It needs, the, um, calculations need to be, um, need to be precise because the actual market value has got to be determined of the gold that's going to be in the aurum. Okay. Also, Kennedy wollte damals den US-Anteil von, ähm, diesem, äh, Global Debt Facility Gold, äh, was ja insgesamt 1.715.000 äh, metrischen Tonnen sind, und, ähm, ähm, wollte, davon wollte er einen US-Anteil einsetzen von 170.000 metrischen Tonnen. und, ähm, ja, zehn Tage, bevor er getötet wurde, und, ähm, ja, das, man sollte allerdings das Geld, das Gold aus der Global Debt, das will ich dir auf keinen Fall jetzt auf einen, auf einmal einsetzen, denn das würde die Märkte nur verwirren, äh, sondern es ist wichtig, eine, ähm, vernünftige Wertbestimmung zu machen. Grand Jude schätzt, äh, 2.500, äh, Dollar pro Gramm Gold, aber das muss man erst mal, ähm, sorgfältig bestimmen, wie viel es wert ist. But really the most important currencies are the local currencies because that's where all the employment is going to be generated. And what's going to happen is that as the countries grow at different rates, they're going to have more and more Orem. And there'll be a very peaceful transition. So there will be a transition to, um, the Eastern Asian countries as their economies grow. But it's going to be gradual. It's not going to be from, um, a, a world war. Uh, local county, you mean by country? Each, no. Each, each local area, a local city, a local county, um, they will agree, the merchants will agree, to have a local currency, as Silvio Giselle recommended. And this will mean that the goods and services in that local area will be traded against each other in this local currency. Also, das Beste ist, um wirklich Beschäftigung zu schaffen, dass man, ja, lokal eigene Währungen macht. Das ist nicht nur pro Staat. damit, ähm, die Wirtschaft hat, äh, sich konzentriert, jeweils, ähm, auf ein, auf das Gebiet eben vor Ort, und, ähm, das schafft einfach, das schafft, äh, mehr, äh, Beschäftigung. Und, ähm, ähm, dann, if this ORM will be, ähm, produced, and it will be done by the USA, then the USA will have predominance again? No, no, no. I've written a letter to each and every member of the Bretton Woods, and I've offered them ORM, and two of the countries in the British Commonwealth are discussing with me about this agreement, and so all of the currencies will be exchanged for the ORM. There'll be national currencies, we're not talking about one-world currency. Okay. Okay. Also, ähm, sie hat, ähm, der ORM ist nicht dafür da, dass das jetzt in den USA gedruckt wird und die Vorherrschaft der USA wirtschaftlich sichern soll, sondern es, von der Wirtschaftskraft der Staaten wird, äh, die wirtschaftliche Macht mehr nach Asien gehen, aber eben schrittweise und, ähm, friedlich und der, ähm, sie hat die, ähm, Mitgliedstaaten von den Bretton Woods Institutionen angeschrieben und, äh, und mit diesem, ähm, äh, dem ORM, äh, als Basis, ähm, dann zu einem neuen, ähm, System zu kommen und zwei Kamenweltstaaten sind mit ihrem Gespräch. Und, äh, ist ORM dann, äh, something, ähm, just for, for, äh, for, äh, is this just for, ähm, a short time and that then the gold is distributed to all the countries? No, it's not going to the countries, it's in their currencies, and the way it's going to work is that you, if you look at, um, how a country's monetary, um, currency is, some of it is in circulation, like the ORM, and some of it is in the banks, through time deposits, your checking accounts, and so, um, there's going to be gold for that purpose, all of the currencies are going to be backed, but the gold that's going to be with the banks for the, um, time deposits, those banks are first going to be taken over, because the, um, central banks are all bankrupt, so we're not proposing to give gold to this banking cartel, we're proposing to give gold in the banks that are going to be cleaned up. I was that gold is not for to be used to state to give, but it is there as security for the Währung. And, today is gold even for time deposits by the banks and it should not to the banks go, um to retten, but it should there first mal aufgeräumt werden und dann soll das gold eben dort bei banken aufbewahrt werden, aber erst danach. What I do not would like to ask if the gold then, after everything has been cleaned up, is deposited in the banks, could it not become a start for a new banking card? No, that's the whole thing, and we're also not going to be talking about gold standards, so if a country would also like to back its currency instead of using gold with another asset, bananas, petroleum, whatever they want, that's permitted. What we're doing is we're taking away the controls, the legal tender laws that allow the banking cartel to exert its force. We're going to be looking very carefully at how this banking cartel came into existence and we're going to do everything to prevent it from ever doing something like that again. And I can say that one of the important things that's going to be different is that there will be no retaliation against whistleblowers because you need to find out what's going on. You have to reward people for telling you what the reality is instead of punishing them. So we're going to be looking at all kinds of systems to maintain the cleaning up of this terrible corruption. And everybody is going to be involved in this because it's the future of humanity that we're talking about. It's very clear that we are at a fork in the road and either we clean up this corruption or we will all perish in World War III. That is the strength of the power transition model and it shows that Germany is the country which is the most strategic. It is the country that has asserted the will to clean up this corruption. Okay. 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 One moment. One moment, please. Ja, meine Frage ist auch gewesen, wenn Gold dann praktisch bei den Banken auch wieder wäre, ob da nicht ein neues Bankenkartell entstehen kann. Nein, es muss alles vermieden werden und man muss sehr sorgfältig schauen, wie das alte Bankenkartell entstanden ist. Und es geht hier auch nicht um einen neuen Goldstandard, dass alle Währungen mit Gold gesichert werden müssen, sondern wenn Staaten es lieber mit Bananen sichern wollen oder mit Erdöl, dann sollen sie das tun. Und es geht hier um die Zukunft der Menschen und wir müssen hier diese Strukturen aufräumen und wenn wir keinen, wenn wir den Dritten Weltkrieg abwenden wollen. Und es scheint Herrn Judis, dass Deutschland besonders strategisch vorgeht, hier aufzuräumen und ähm 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 was makes you think that Germany plays such a positive role? I have not seen it yet. Maybe I have overlooked it. Because Germany, do you remember how angry Germany was when it flew its military helicopter over the US consulate in October of 2013? That was a shot across the bow of the United States? And do you remember how Germany asked for its 300 metric tons of gold back from the Federal Reserve? Yes? And there have been so many other things. Germany announced that it was considering ending its relationship in NATO. Uh-huh. Yeah, this is, these are all signs that Germany is not accepting this corruption. The alliance between Germany and the United States will continue, but it will continue once the United States has cleaned up its relationship with the Federal Reserve. That is the choice for the American people. If we want to continue an alliance with Germany, we have to get rid of the Federal Reserve. Okay. Ja, ich habe diese positive Rolle Deutschlands bisher noch nicht wahrnehmen können und habe gern Judith gefragt, was sie so sicher macht, dass Deutschland eine positive Rolle spielt. Und sie hat erinnert daran, dass ein deutscher Helikopter über der US-Botschaft in Deutschland geflogen ist, als Warnzeichen im Oktober 2013 und dass Deutschland verlangt hat, seine 300 metrischen Tonnen Gold zurückzubekommen. Und Deutschland habe darüber nachgedacht, seine Mitgliedschaft in der NATO zu beenden und dass Deutschland aber das gute Verhältnis mit den USA behalten will, aber die USA müssten das mit der Federal Reserve bei sich in Ordnung bringen. Do you have any thoughts for this that Germany has really considered leaving NATO? Yes, there was an announcement that was made on the very day that I published the acceptance of the Joint US-Japan Committee under the Status of Forces Agreement. What I did was I copied the ambassador of Germany to London that I was going to issue a press release and that was the day that Germany announced that it was considering leaving NATO. And when has this been? This was in August. In August? July. I can give you the exact date if you just bear with me. I'll get the date of the press release up. Because I called up the press the military attaché in Tokyo to tell him that I knew how to keep Germany as an ally. And that day he issued an email which was unclassified saying that I was working together with the joint committee. And I can make all of those documents available to you. But let me get the exact date that I issued that press release. And it has been this year 2014. Right. Yes. Also im Juli oder August 2014 hat Deutschland darüber nachgedacht die NATO zu verlassen. And who has given you this information? A German ambassador to Great Britain to the United Kingdom? He was the one that made that statement and I'll give you a copy of the statement but first let me get the date of the press piece. It's a German ambassador to the United Kingdom if I have understood it correctly. That's correct. His name is Peter Ammon. Peter Ammon. A double M O N and I've just got the press release now. Let me Peter Ammon deutscher Botschafter in Groß Britannien hat kein news gesagt dass Deutschland darüber nachdenke. Okay. This was July 25 that I issued that press release. Am 25. Juli hat sie eine Pressemitteilung veröffentlicht. And at the same time you have got this information. I'm sorry, which information? Germany considered possibly leaving NATO. There was an announcement made that very day, yes. Let's see if I can Google it and find it for you. Okay. I've heard nothing about it. And I read several alternative media, not only mainstream, but to be informed from enough sides. That they were joining BRICS. Okay, here we Germany secretly planning on joining BRICS. Jim Willey, July 23, 2014. July 24, 2014, Germany secretly planning to join BRICS. Deutschland hat demnach im Geheimen darüber nachgedacht, im Juli 2013 sich den BRICS-Staaten anzuschließen. You mean joining BRICS regarding world finances and world ... Okay, here's another statement confirmed by Jim Willey, a shocking new report prepared by the Ministry of Foreign Affairs circulating in the Kremlin today states that Germany's federal foreign office contacted Moscow this week requesting an accelerated membership course for their joining the BRICS economic community as they plan to leave the European Union, a move Russian experts said would spell doom to the Obama regime's dream of empire. Yes, this is all going on. But as I said, this is not the most likely scenario. The most likely scenario is that the United States gets rid of this corrupt banking cartel and we have a revitalized system with our allies as we embrace the rule of law and we throw out this terrible corruption. Okay. Also Deutschland soll darüber nachgedacht haben, sich den BRICS-Staaten anzuschließen, darüber nachgedacht haben, die EU zu verlassen, aber es ist ja nicht das Wahrscheinlichste. Viel wahrscheinlicher ist, dass die USA die Federal Reserve Bank loswerden werden. Dass es also nicht so weit kommt, dass Deutschland sich den BRICS-Staaten anschließt. Wow. If I compare it to the things I see here in Germany, I see people so mad about everyone one most of the politicians seem to want in Germany to give more and more power to the EU, no matter for which purpose, just give it to the EU. It sounds to me like you're getting confused between that projection screen and the reality. Okay, ich habe gesagt, was ich sehe in Deutschland ist, dass die Mehrzahl der Politiker so viel Macht wie möglich der EU geben wollen, egal warum, Hauptsache der EU geben. Dann sagt sie, das scheint so, dass mich der Projektion der Medien hier durcheinander bringt und dass das nicht mehr ganz die Realität ist. Okay, I will look and see where I find signs that could further confirm these things. Right, and I will look for that court case I was telling you about between Germany and the EU European Bank, the European Central Bank. Yes, yes, please. Okay. Can I just ask you one thing? I try to understand I see that there is banking cartel and they have power over the Fed, but how is the connection between the Fed and the United Kingdom or British Crown and the Vatican in this regard? Okay, if you look on page 33 of that study of the Federal Institute of Technology, let's get that up in front of us and we can see exactly how that works. And don't forget all of these relationships are very interconnecting because this banking cartel is really just one bank. Okay, there's a site like a cartel maybe, okay. Okay, so, but let's look at the rank, and of course, these numbers are taken from data in 2007, so things have changed a little bit, but they've only gotten more concentrated, it's not going to be a difference of quality. But let's ... Well, I've seen this table, but what I see there is that there's an order of ranks and how far the big banking corporations are interconnected with each other. But on page 33 of this, let's get it up there. Okay. So these are the top 50 control holders. Barclays Bank has the cumulative network control of 4%. And then when you add the capital group of companies, you get up to nearly 7%. Then there's something called the FMR corp. That's 9%. AXA is 11%. State Street is 13%. This is all cumulative network. JP Morgan Chase, you get up to 14%. Legal and general group, 16%. Vanguard group, 17%. UBS, 18%. Merrill Lynch, 19%. Wellington Management, 20%. Deutsche Bank, 21%. Franklin Resources, 21% or 22% nearly. And you just go down the list and then when you get to the top 50, then you see they've got 40% of, this is the amount of assets. Ah, okay, okay. And you know they pull down 60% of the annual earnings. Okay. And this is all the 43.000 companies traded on the capital markets. So that's how this group has accumulated their control. Okay, understand. Okay. Ja, diese Studie, die Karen Judith auf sie verwiesen hat, wir werden auf unserer Webseite entsprechend verlinken. die zeigt verschiedene große Banken und Konzerne, die praktisch so mit an der Spitze des Netzwerkes sind. Und die sind alle beteiligt an den gesamten börsennotierten Unternehmen und da sie eben in Kartell bilden. Dadurch sind praktisch die börsennotierten Unternehmen so in der Weise, wie sie kartellartig zusammen arbeiten, wenn sie praktisch alle gleichgerichtet kontrolliert. Es ist nicht so, dass eine Firma es kontrolliert, sondern ein Kartell von verschiedenen Banken und anderen Konzernen, die jeweils mehrere Prozent haben von dem gesamten börsennotierten Unternehmen. und das sind rund 40 Prozent von deren Kapital und 60 Prozent von deren Einkommen. Die meisten dieser Einheiten sind im Finanzsektor. Ja. Ich verstehe. die AXA Insurance Corporation ist in Bilderberg für zum Moment. Es ist eine der besten verbundenen Unternehmen in den FN. zum 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 Es war sehr clever wie sie das und thought sie könnten es secret. Es ist mehr clever wie sie drei Mathematikerinnen zu erinnern, genau was sie gemacht haben. Sie dachten nicht, dass wir herausfinden würden, was sie gemacht haben. Und dass die Öffentlichkeit das herausfindet, wie die Machtstrukturen sind. Okay. Vielen Dank, dass Ihr Zeit für dieses Interview und für Ihre Ausgabe. Ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben. Sie sehen, die wichtigste Sache ist, dass wir uns mit einer anderen kommunizieren, auf der Basis von was eigentlich passiert ist. Ja, ich habe mich bedankt für Ihre Einschätzung. Sie sagt, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Das Wichtigste ist, miteinander zu kommunizieren, auf der Basis von dem, was wirklich vor sich geht. Yes, I'm open for additional views. I don't want to overlook important things. I'm grateful to you for that. I just have to compare with what I have seen from other news and to look and then make up my opinion. Absolutely. That's exactly the way to work. Okay. Thank you for being in the show. Thank you for having me. Goodbye. Ich habe gesagt, dass ich offen bin, weitere Sichtweisen anzuschauen. Ich will nicht wichtige Dinge übersehen, dass ich es aber natürlich vergleichen muss mit dem, was ich aus anderen Richtungen schon gelesen und gehört habe. Ja, genau das ist der Weg, wie es geht. Ja, danke fürs Zuhören. Und der nächste Sendetermin im November wird dann auf unserer Webseite angekündigt werden. Hallo? Ja? Ja? Jan? Jan, you can stop the recording. Jörg. Jörg. Das war's. Das war's. Das war's. Du bist so viel mit我很 feller. Ich habe mich recht, dass ich mich an, wenn ich mich an, wenn ich mich an, wenn ich eine und ich mich an. Du bist. Vielen Dank.